Im Rheinischen Freilichtmuseum Kommern steht diese Windmühle. Als sie ein neues Flügelkreuz erhielt, konnte die Arbeit des Mühlenbauers im Film festgehalten werden. Die vier Flügel sind an zwei mächtigen Eichenbalken befestigt. Am Mühlendach, der Kappe, stecken die Bruststücke kreuzweise im Kopf der Mühlenachse. Über eine mächtige Balkenkonstruktion an der Rückseite der Mühle lässt sich die Kappe mit den Flügeln in den Wind drehen. Die Kraft des Windes wird über die Achse in das Innere der Mühle übertragen. Dies ist dieselbe Windmühle, bevor das Flügelkreuz angebracht wird. Der Achsenkopf am Dach der Mühle ist zur Aufnahme der beiden Bruststücke bereit. In diese zwei Öffnungen des Achsenkopfes müssen die Bruststücke eingezogen werden. Am Boden liegt das erste Bruststück, an dem der Mühlenbauer und die Gehilfen das Ende eines Flaschenzuges befestigen. Flaschenzug und eine handbetriebene Erdwinde übernehmen die Funktion eines modernen Krans. Mit diesen einfachen Hilfsmitteln wird man die Bruststücke zum Mühlendach hochziehen. Nun setzen die Männer die Erdwinde zusammen, mit der sie das Zugseil des Flaschenzuges einholen werden. Die Erdwinde besteht aus einem Holzgestell und einem passenden Achsstück. Während der Vorbereitung wird auch ein Seil angebracht, das ein Ausrichten des Balkens beim Hochziehen ermöglicht. Zwei kräftige Holzstangen dienen zur Übertragung der Muskelkraft auf die Erdwinde. Die Männer beginnen mit dem Hochziehen des ersten Bruststücks. Eine Umlenkrolle führt das Zugseil in die gewünschte Richtung. Indem die Gehilfen die Erdwinde ständig drehen, hebt das Bruststück langsam vom Boden ab. An der unteren losen Rolle des Flaschenzuges hängt die Hebelast. Über die Erdwinde holen die Männer nach und nach das Zugseil ein. Mit dem Seil, das man während der Vorbereitungen angebracht hatte, lässt sich das Bruststück in der richtigen Stellung halten. Schließlich hat die Spitze des Bruststücks den Wellenkopf erreicht. Hier hebelt es der Mühlenbauer in den Durchbruch des Wellenkopfes. Wenn die Spitze des Bruststücks ein wenig über die Wellenkopföffnung hinausragt, muss der Mühlenbauer den Balken provisorisch festsetzen. Er verwendet dafür einen Eisenstab, den er durch ein Loch in der Bruststücksspitze steckt. Dies ist nötig, da der Flaschenzug sich so verkürzt hat, dass er neu auseinandergezogen werden muss. Zu diesem Zweck löst der Gehilfe nun den Flaschenzug von der Mitte des Balkens und bringt ihn an seinem unteren Ende neu an. Beim Weiterdrehen der Erdwinde wird das Bruststück in den Wellenkopf eingeschoben. Der Mühlenbauergehilfe verbindet die Kette mit der Rolle des Seilzuges. Nun können die Männer erneut die Erdwinde bedienen, bis das Bruststück ein Stückchen weiter aus dem Achsenkopfloch herausragt. Dann schlägt der Mühlenbauer den Dollen ein, der später zur Befestigung der Flügel dient. Langsam schiebt sich der Bruststückbalken durch die kastenartige Führung im Achsenkopf. Schließlich hat das Bruststück seinen endgültigen Sitz erreicht. Nun muss es der Mühlenbauer fest verkeilen. An nur zwei Seiten schlägt der Mühlenbauer die Holzkeile ein. Auf den beiden anderen Seiten muss das Bruststück dicht am Durchbruch des Wellenkopfes anliegen, wie hier vom Fenster der Haube aus auf der linken Seite zu sehen ist. Um die Keile an der jetzt nach unten weisenden Seite des Wellenkopfes einzuschlagen, lässt der Mühlenbauer das Bruststück um 90 Grad drehen. Der Eichenbalken wird also an der gleichen Stelle beidseitig mit Keilen befestigt. Deutlich ist hier der vordere Durchbruch des Wellenkopfes zu sehen, der für das zweite Bruststück vorgesehen ist. Das zweite Bruststück liegt auf der Erde bereit. Zur Probe sind an ihm die Flügel befestigt. Jeder Flügel besteht aus einem schmalen Vorheck mit einer durchgehenden Bretterverkleidung und dem breiten Hinterheck, das durch seine sprossenartig eingesetzten Holzlatten wie eine Leiter aussieht. Verbindungsstück zwischen Vor- und Hinterheck ist die Rute. Zum Aufziehen auf die Mühle muss das Flügelpaar auseinandergenommen werden. Zunächst nehmen die Männer die Windbretter vom Vorheck ab. Eiserne Bänder halten Bruststück und Flügel zusammen. Im Bild sind bei jedem Flügel das schmale Vorheck und das breite Hinterheck zu erkennen. Sobald die Männer die Eisenbänder gelöst haben, können sie die Flügel vorsichtig abheben. Das Bruststück besteht aus Eichenholz, einer besonders stabilen und langlebigen Holzart. Insgesamt ist es 14 Meter lang. Mit einem Stemmeisen entfernen die Gehilfen den Dollen aus dem Bruststückbalken. Anschließend befestigen sie an ihm die untere Rolle des Flaschenzuges. Mittels der Erdwinde holen die Männer das Zugseil des Flaschenzuges ein, der mit der losen Rolle an der Hebelast und mit der starren Rolle an der Mühlenwelle befestigt ist. Langsam hebt das Bruststück vom Boden ab. Durch das Drehen der Erdwinde verkürzt sich der ganze Seilzug und die Last wird angehoben. Ein weiterer Mühlenbauer leitet die Arbeit vom Boden aus. Nach weiterem Drehen reicht der Balken schon über den Wellenkopf hinaus und wird wieder mit dem Eisenstab vor dem Zurückrutschen gesichert. Der Flaschenzug ist zu kurz geworden. Der Gehilfe bringt ihn am unteren Ende des Balkens neu an. Nach weiterem Hochziehen schlägt der Mühlenbauer den Dollen ein. Dann bringt er das Bruststück zum Verkeilen in die richtige Position. Das Bruststück wird wieder an zwei Seiten des Achsenkopfes verkeilt. Dann wird vom Boden aus die Bremse der Mühle gelöst, um den Balken in die Waagerechte zu drehen. Diese Mühle stammt aus Niedersachsen und ist eine sogenannte Achtkantmühle. Sie gilt als Vorläuferin der steinernen Turmwindmühle, die im Rheinland besonders im 19. Jahrhundert gebaut wurde. Sobald das vordere Bruststück waagerecht steht, kann der Mühlenbauer weitere Holzkeile einschlagen. Für den Aufbau einer Mühle musste der Mühlenbauer die unterschiedlichsten Handwerkstechniken beherrschen. Aus diesem Grund lernten die Mühlenbaulehrlinge in fünfjähriger Lehrzeit das Stellmacher, Dreher und Zimmermannshandwerk. Wenn die beiden Bruststücke fest im Wellenkopf verkeilt sind, können nacheinander die zwei Flügelpaare an den Bruststücken befestigt werden. Jeder Flügel ist nicht in einer Ebene, sondern leicht gebogen angefertigt. Das Maß, nachdem die Biegung im Flügel berechnet wurde, war das Geheimnis eines jeden Mühlenbauers. Auch die Flügel werden mit Hilfe der Erdwinde und des Flaschenzuges hochgezogen. Dafür werden nur zwei Männer an der Erdwinde benötigt. Die Flügel müssen stabil, aber leicht sein. Gewöhnlich nahm der Mühlenbauer Kiefern oder Fichtenholz. Auch Pitschbein und Lärche konnten beim Flügelbau verwendet werden. Das Flügelkreuz am Wellenkopf fängt die Bewegung des Windes auf. Die Mühlenwelle oder Achse überträgt die Kraft dann auf ein System von Zahnrädern im Innern der Mühle. Auf diese Weise erhalten ein oder mehrere Mahlgänge im Mühleninnern ihre Antriebskraft. Der Flügel hat seinen Sitz auf dem Bruststück erreicht. Nun kann der Gehilfe des Mühlenbauers Bruststück und Flügel miteinander verbinden. Auf der Erde verhindern Helfer das Abrutschen des Flügels. Zu dritt sorgen die Männer dafür, dass das obere Ende des Flügels exakt am Wellenkopf anliegt. Sitzt es richtig, muss der restliche Flügel zum Einrasten in die Dollen gebracht werden. Dann verbindet der Mühlenbauergehilfe Flügel und Bruststück mit Eisenbändern. Deutlich ist hier zu sehen, wie der Flügel auf dem Bruststück aufliegt. Jeder Flügel wird mit je zwei Bändern fest an das Bruststück montiert. Auf der Erde liegen die Eisenbänder zur Montage bereit. Durch die Dollen und Eisenbänder erhalten Bruststück und Flügel eine stabile Verbindung. Der erste Flügel ist am Bruststück befestigt. Die Mühlenwelle wird zur Aufnahme des zweiten Flügels weiter gedreht. Dabei wird auch die Erdwinde zu Hilfe genommen. Die Flügel werden in entgegengesetzter Reihenfolge angebracht. Die Männer tragen das Gegenstück zum ersten Flügel an den Mühlenberg heran. Diese Mühle stand ursprünglich in Kantrup, einem Ort bei Osnabrück. Sie ist eine der wenigen Bauten im Rheinischen Freilichtmuseum, der nicht aus dem Rheinland stammt. Die rheinischen Windmühlen stehen alle unter Denkmalschutz und dürfen nicht abgerissen werden. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Kantrupper Mühle kaum noch benutzt, da der Windbetrieb sich nicht mehr lohnte. 1969 wurde sie abgebrochen und zwei Jahre später im Rheinischen Freilichtmuseum wieder aufgebaut. Inzwischen ist auch der zweite Flügel hochgezogen. Nun muss er fest in die Dollen einrasten. Mit Eisenbändern werden Bruststück und Flügel miteinander verbunden. Das Flügelpaar, das man jetzt im äußeren Achsenkopfloch montiert hat, nennt man Feldruten. Mithilfe der Erdwinde wird die Mühlenwelle weitergedreht, um die Flügel am inneren Achsenkopfloch anzubringen. Diese werden als Hausruten bezeichnet. Vor dem Anbringen der Hausruten machen die Männer eine Pause. Dann muss der nächste Flügel hochgezogen werden. Das Handwerk der Mühlenbauer, auch Mühlenärzte genannt, war ein ambulantes Gewerbe. Oft kamen die Mühlenbauer mehrere Wochen lang nicht nach Hause, da die Kundschaft weit voneinander entfernt und in abgelegenen Gegenden wohnte. Größere Arbeiten, wie den Bau eines Daches oder eines Flügelkreuzes, führten sie nicht in der heimischen Werkstatt, sondern direkt vor Ort an der Mühle aus. Die Flügel sind bis auf einen fertig montiert. Deutlich kann man bei jedem Flügel das schmale Vorheck und das breite Hinterheck erkennen. Insgesamt ist ein Flügel ungefähr zwölf Meter lang und zwei Meter breit. Das Flügelkreuz ist eines der empfindlichsten Teile der Windmühle. Hier fallen die häufigsten und teuersten Reparaturen an. Besonders Stürme und Gewitter können die Lebensdauer eines Flügels verkürzen. Daher beobachten die Windmüller das Wetter immer sehr genau, um den Flügeln frühzeitig den Wind nehmen zu können. Der letzte Flügel wird hochgezogen. Wie im Vordergrund zu sehen ist, hat die Spitze des Flügels eine leichte Schrägstellung, das sogenannte Top. Ohne Top nutzt der Flügel die Windkraft nicht genügend aus. Solche Flügel, heißt es in der Mühlensprache, lassen den Wind schießen. Insgesamt zwei Tage brauchen die Männer, bis das Flügelkreuz vollständig montiert ist. Gute hölzerne Flügel haben eine Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren. Die Kantrupper Windmühle hat statt eines hölzernen, einen modernen Wellenkopf aus Gusseisen. Die Zahl 1903 am Achsenkopf deutet auf das Jahr seiner Herstellung hin. Die Mühle selbst ist aber älter. Auf der Erde stehen Holzlamellen bereit, mit denen die Flügel endgültig einsatzfähig gemacht werden sollen. Diese Mühle hat sogenannte Jalousieflügel. Im Gegensatz zu den Segelflügeln, die der Müller zum Mahlbetrieb mit Segeltuch bespannt, bestehen die Jalousieflügel aus beweglichen, hölzernen Klappen. Am Hinterheck müssen die Männer die Klappen beidseitig festschrauben. Die einzelnen Klappen bestehen aus Holz und sind an eine Zugstange, eine lange Holzlatte, montiert. Weil jede einzelne Klappe mit der Zugstange verbunden ist, lassen sich die Jalousien auf- und zuklappen. Eine weitere Jalousie-Klappe wird dem Mühlenbauer und seinem Gehilfen hochgereicht. Zunächst passen die Männer sie im Hinterheck ein. Dann verschraubt der Gehilfe das Gelenk der Klappe mit der Zugstange. Währenddessen steckt der Mühlenbauer die Jalousie zwischen die äußere Strebe des Hinterhecks und eine zusätzliche Latte, die er dann festschraubt. Die Zugstange führt über ein weiteres Gelenk am Wellenkopf in das Innere der Mühle. Auf diese Weise kann der Müller die Angriffsfläche für den Wind vom Inneren der Mühle aus problemlos regulieren. Dieses Flügelsystem fand in Deutschland ab etwa 1900 eine weite Verbreitung. Es gehört zu einer Reihe von Erfindungen, die Mühlenbauer und Ingenieure im 19. und 20. Jahrhundert zur verbesserten Ausnutzung des Windes machten. Letztendlich aber konnte die Windkraft nicht neuen Energiequellen des Industriezeitalters standhalten. Dampfmaschinen, später Elektro- und Dieselmotoren, übernahmen seit dem 19. Jahrhundert den Platz der Wind- und Wasserkraft. Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg gaben die meisten rheinischen Windmüller ihren Mühlenbetrieb auf. Dadurch verloren auch die Mühlenbauer ihre Existenzgrundlage. Die wenigen Mühlenbauer, die die alten Techniken beherrschen, restaurieren die noch erhaltenen Mühlen, die heute unter Denkmalschutz stehen. Die Jalousieklappen sind inzwischen an allen vier Flügeln angebracht. Über eine Kette löst der Mühlenbauer die Bremse der Mühle. In einem letzten Arbeitsgang überprüft er die rechte Balance des Flügelkreuzes. Die Flügel drehen sich leicht und gleichmäßig. Für dieses Mal ist die Arbeit des Mühlenbauers beendet. Das ist die Rund. Das ist die Rund. Die Flügel drehen sich leicht und gleichmäßig. Das ist die Rund. Das ist die Rund. Das ist die Rund. Untertitelung des ZDF, 2020